Ja, hi, ist der Patti und in diesem Video führe ich euch ein wenig in die Menüführung des RC600 ein. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kompliziert aus, ist aber sehr einfach. Und ich merke gerade ein rotes T-Shirt mit einem roten Looper. War jetzt nicht die beste Idee, aber ich führe euch jetzt erstmal durchs Menü. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal so die wichtigsten Einstellungen, die man so vornehmen kann oder die man so vornehmen sollte. Und zeige euch so ein bisschen, wie das Menü aufgebaut ist, was welche Tasten machen. Dazu gehen wir jetzt gleich in die Nahaufnahme. Auf tiefer gehende Einstellungen der einzelnen Menüpunkte gehe ich in separaten Videos ein. Sonst werden die Videos immens lang und keiner Bock, die zu gucken. Hätte ich jetzt auch nicht. Deswegen, um uns kurz zu halten, relativ kurz zu halten, machen wir jetzt so, dass wir Stück für Stück uns an das RC600 rantasten. Und wir fangen jetzt mit den grundlegenden Einstellmöglichkeiten erstmal an. So, für die First Steps fangen wir jetzt einfach mal an. Wir drücken hier auf Menü. Da könnt ihr, seht ihr das Input, Output, Mixer Menü. Hier oben seht ihr den Pfeil, dass ihr nochmal weiterschalten könnt. Das sind die Control Functions, die Xign Functions. Ich erkläre alles nochmal in separaten Videos. USB-Schnittstelle, MIDI, ihr seid ja MIDI steuerbar. Und Setup und Factory Preset. Wenn wir auf Loop gehen, können wir die Tracks ändern, die Rekordeinstellungen, die Einstellungen Play, also wann soll was abgespielt werden. Wie gesagt, ihr seht wieder den Pfeil hier. Ihr könnt hier rüber. Ihr könnt den Rhythmus ändern, die verschiedenen, wenn ihr hier drauf drückt, Input-Effekte oder die Track-Effekte ändern. Dann könnt ihr dem Loop einen neuen Namen geben. Das wäre jetzt hier memorisiert sein. Den könnt ihr dann hier beliebig ändern. Der Rhythmus-Taster macht uns, das habe ich euch ja glaube ich schon mal gezeigt, den Rhythmus an. Und der Tab-Tempo-Taster gibt uns das Tempo vor. Das wäre jetzt ganz schnell. Das wäre jetzt ganz langsam. Und Rhythmus wieder aus. Also wie gesagt, mehrfaches Drücken gibt die Tab-Funktion. Ihr seht hier an dem Licht, wie schnell ihr seid, also wie schnell es flackert. Wir machen es einfach mal schneller. Ihr seht hier, das pulsiert ziemlich schnell. Wir machen ganz langsam oder langsamer und sehen hier, es wird langsamer. Der rote Punkt ist immer die 1 und die drei grünen sind so gesehen 2, 3, 4. Wollt ihr das Tab-Tempo manuell verstellen, drückt ihr einmal drauf. Und könnt dann hier über den Regler einfach hin und her drehen und verstellt dann damit das Tempo. Exit und Enter sollten klar sein. Damit gebe ich einen Befehl weiter. Drücke ich beide zusammen, kann ich entweder alles löschen, also was ihr hier in diesem Preset geändert habt. Oder ich kann es speichern, hier löschen, hier speichern. Und wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann speichert er mir das. Drücke ich hier drauf und drücke Exit, komme ich wieder raus. Die Pfeiltasten sind dafür da, um durch Menüs zu switchen. Das habe ich euch schon gezeigt. Ihr seht hier oben ein Pfeil. Das heißt, es gibt noch ein weiteres Menü hier rüber. Drücke ich hier drauf, komme ich da hin. Und wenn ich beide gleichzeitig drücke, seht ihr hier, kommt hier oben ein Kästchen. Wenn dieses Kästchen da ist, dann machen die Regler hier nichts. Und ihr seht, Knob lockt. Deswegen steht hier unten Lock. Und hier mit diesem Lock lockt ihr diese vier Drehregler. Sind wir in unserem Play-Mode, also in unserem ganz normalen Startbildschirm, nenne ich es mal hier, dann machen die Pfeiltasten folgendes. Sie ändern die Ansicht von dem, was wir gerade sehen. Wir können jetzt hier zum Beispiel sehen, welche Input-Effekte gerade aktiv sind oder auch nicht aktiv sind. Oder welche Track-Effekte gerade aktiv sind. Oder wenn wir was geloopt haben schon, können wir hier sehen, wo der Loop gerade steht und so weiter. Wenn wir im Menü oder im Loop, je nachdem wo ihr hinwollt, was auswählen wollen, sind hier immer diese drei oder vier verschiedenen Sachen, die hier stehen. Also hier ist es Input, Output und Mixer. In der nächsten Seite wäre es Control-Funktion, Assign, USB und MIDI. Wenn wir die anwählen wollen, müssen wir immer den darunter liegenden silbernen Knopf drücken. Ich gehe jetzt mal hier auf Input, drücke den Knopf und dann komme ich ins Nächste. Gehe ich auf Exit, komme ich eins zurück, gehe ich auf Output, komme ich aufs Nächste. Gehe ich auf Exit, gehe ich auf den Mixer und so weiter. Also wenn ihr irgendwas auswählen wollt, was hier oben beschrieben ist, einfach hier drauf drücken. Oder wenn ihr was bewegen wollt, müsst ihr den Regler drehen. Seid ihr in den Genuss eines Kondensatormikrofons gekommen, wie das hier eines ist, dann braucht ihr, damit ihr darüber überhaupt irgendwas machen könnt und hören könnt, also nicht hierüber hören, sondern was halt da rauskommt, braucht ihr Phantomspeisung. Diese Phantomspeisung kann euch das RC600 geben. Das heißt, ihr müsst keinen Mischer mit Phantomspeisung vorschalten. Ihr könnt das Mikro direkt reinhauen in den, oder einstöpseln, sage ich mal lieber, in den RC600. Und ja, das gibt euch dann die benötigte Power fürs Mikrofon. Ihr solltet die Phantomspeisung aber ausschalten, wenn ihr kein Kondensatormikrofon angeschlossen habt. Die Phantomspeisung schaltet ihr ein, indem ihr auf Menü geht, auf Input. Dann geht ihr auf Setup, also immer wieder hier drücken. Und dann durch Drehen, Phantomspeisung, Mic 1, 2, macht ihr dann entweder an, also einfach drehen, oder aus. Und immer für entweder Mic 1 oder Mic 2, oder halt für beide. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, wenn ihr Track 1 aufgenommen habt und dann auf Aufnahme Track 2 drückt, startet die Aufnahme sofort. Auch wenn Track 1 noch spielt. Oder ihr drückt zu früh, also ein bisschen zu früh oder ein bisschen zu spät, dann seid ihr direkt raus irgendwie, um dem Herr zu werden. Und das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Einstellung, die würde ich auf jeden Fall immer machen. Das ist das Quantizing von den Loops. Wenn ihr das jetzt eingestellt habt, also angeschaltet habt, dann beginnt die Aufnahme erst, wenn der Takt vorüber ist. Auch wenn ihr schon vorher drauf tretet und es packt euch die 1 dann auch immer auf die 1. Auch wenn also Track 1 ist jetzt auf der 2 und während Track 1 auf der 2 ist, drückt ihr schon auf Aufnahme für Track 2. Dann beginnt dieser Track erst mit der Aufnahme, wenn ihr wieder auf der 1 seid, also wenn der Takt vorbei ist. Das hilft ungemein. Um das Quantizing zu ändern, geht ihr auf Loop, drückt hier auf Rack und ihr seht hier schon Quantize und das ist Off. Hier stellt ihr es auf Measure, Measure bedeutet ja Takt und dann ist es so, dass wenn ihr jetzt einen zweiten Track recorden wollt, recordet der nicht schon während der gerade aktuell noch läuft, sondern der recordet erst oder beziehungsweise packt es euch dann so auf die 1, dass es erst zum nächsten Takt passiert. Dann ist euch sicherlich schon sauer aufgestoßen, also mir ging es zumindest so, dass ihr seid gerade am Saxophon spielen oder ihr spielt Geige oder irgendwas anderes und ihr wollt jetzt von einem Track in den nächsten, dann ist es so, ich muss ja den einen stoppen, den anderen starten. Das ist schon mal ein riesen Tanz, das ändern wir auch noch irgendwann. Jetzt stoppe ich den einen, starte den anderen, das Blöde ist nur, der eine stoppt sofort. Also der wartet jetzt nicht bis auf die 1, sondern ich drücke auf Stop und egal ob ich gerade mitten im Takt bin, das Ding hört auf, wollen wir nicht. Und das ändern wir jetzt. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wenn wir jetzt einstellen wollen, wann der Loop endet, gehen wir auf Loop und gehen auf Track. Ihr seht hier steht gerade Track 3. Das ist nicht schlimm, wenn wir hier dran drehen, ändert sich das zu 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Wir gehen jetzt mal auf Track 1, also Track, TRK 1, drücken hier drauf. So, dann gehen wir ein rüber mit den Pfeiltasten hier und hier seht ihr Stop Mode. Immediate heißt, wir drücken auf Stop, dann ist sofort Sense und wenn wir das jetzt ändern auf Loop und wir drücken auf Stop, dann stoppt euer Loop aus welchem Track, also aus Track 1, erst dann, wenn der Takt vorbei ist oder beziehungsweise euer Loop vorbei ist. Um die anderen Tracks jetzt auch so einzustellen, also Track 2, 3, 4, 5, 6, müsst ihr jetzt nicht immer wieder rausgehen und hier auf Track 2 wieder draufdrücken, wieder rüber und immediate auf Loop stellen, sondern ihr könnt jetzt einfach hergehen, ihr seht hier ist es jetzt Track 2. Wenn ich jetzt hier auf Loop drücke, kommt hier oben Track 3 und es hat sich geändert. Das sind ja die Werkseinstellungen. So, jetzt drehe ich es wieder auf Loop, Track 4, drehe ich es wieder auf Loop, drehe ich es wieder auf Loop, drehe ich es wieder auf Loop und schon habe ich alle meine sechs Tracks so eingestellt, dass sie enden, wenn der Loop endet. Natürlich nur, wenn ich Stop drücke. Also sie enden jetzt nicht immer, wenn nach einem Mal, sondern sie enden, wenn ich Stop gedrückt habe. Dann kann es sein, dass ihr live loopt vor Publikum oder von mir aus auch alleine, es ist ja vollkommen wurscht und ihr wollt diesen Rhythmus Beat nicht haben aus dem RC600, also kein Schlagzeug oder sonst irgendwas. Jetzt könnt ihr hergehen und dieses Schlagzeug als Vorspieltakt zu dem, was ihr aufnehmen wollt, abspielen zu lassen. Das heißt, ihr drückt jetzt auf Aufnahme, der nimmt nicht sofort auf, sondern macht erstmal 1, 2, 3, 4 oder in diesem Groove, den ihr ausgewählt habt. Und erst dann nimmt er auf. Es kann euch erleichtern, im Takt zu bleiben, wenn ihr nicht diesen Groove-Rhythmus haben wollt. Wie das geht und ob ihr es behalten wollt, das ist euch überlassen. Ich nutze es nicht, aber ich will es euch nicht vorenthalten, weil es eine eigentlich coole Funktion ist und wie das geht, zeige ich euch jetzt in der Aufnahme. Um einen Intro-Rekord einzustellen, drückt ihr auf Loop, dann nochmal auf Loop. Na, also ihr könnt jetzt natürlich auch hergehen, Loop und nach rechts drücken. Ihr könnt aber auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, nach rechts zu gehen, nochmal auf Loop drücken. Funktioniert beim Menü ganz genauso. So, dann geht ihr auf Rhythm, also hier wieder drücken. So, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, wieder nach rechts zu gehen. Und da steht dann Intro-Rekord, On oder Off und ihr macht es auf On. Und schon habt ihr einen Takt vor Spiel und könnt dann leichter euren Beat machen oder eure Gitarre einspielen oder wie auch immer. Ja, und wo wir schon mal über den Rhythmus gerade gesprochen haben, als wir uns noch Face-to-Face gesehen haben, wie man den ändert, zeige ich euch auch noch. Denn es kann ja sein, dass ihr Jazz spielt, dann wollt ihr kein Rock-Kit haben. Also, wie gesagt, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Um jetzt den Rhythmus zu ändern, das ist der Rhythmus, den ihr aktuell habt. Aktuell ist es noch ein recht langweilig klingendes Metronom. Wenn ihr jetzt den Rhythmus ändern wollt, geht ihr auf Loop. Geht nochmal auf Loop. Also entweder geht ihr zweimal auf Loop. Oder ihr seht ja hier, ihr könnt rechts rüber oder drückt hier auf Page nach rechts. Dann seht ihr hier Rhythm. Aber wie gesagt, wir können auch zweimal Loop drücken, haben wir das Gleiche. Also wir gehen hier auf Rhythm. Dafür drücken wir den Knopf. Ihr wisst, das dritte von links, dann auch der dritte Knopf von links, draufdrücken. So, und jetzt steht hier Guide. Guide ist in diesem Fall das Metronom. Wenn wir jetzt hier drehen, dann kommt allerhand verschiedener Genres. Akustik, Ballade, Blues. Ich finde immer R'n'B ganz nett. Wo auch immer es jetzt ist. Da ist R'n'B. So, wenn wir jetzt hier an dem Drehregler drehen, können wir das Pattern ändern. Hier haben wir Swing. Noch ein Swing. Noch ein Swing. Dann mit Side Stick. Und wenn wir jetzt hier an dem drehen, seht ihr Variation. Da können wir dann die Variation ändern. Wenn ich den jetzt auf B drehe, ändert sich die Variation. So, hier können wir das Schlagzeug ändern. Also das Kit. Aktuell ist es Studio. Da können wir aber auch jetzt mal auf R'n'B gehen. Und das passt ziemlich cool, ne? So, wenn wir jetzt hier beim Tap Tempo schneller machen, geht das natürlich auch schneller. Oder langsamer. Da beim Tap Tempo ist übrigens egal, an welchen wir drehen. Ob wir den jetzt nehmen, den hier nehmen, den hier nehmen oder den hier. Es ist immer das Gleiche. Dann seht ihr hier oben, ihr könnt noch eine Seite weiter. Da könnt ihr dann den Takt ändern. In Dreiviertel, Vierviertel und was es sonst noch so alles gibt. Wir können das einmal durchgehen. Das kann man aber, glaube ich, nur, wenn der Rhythmus gerade nicht läuft. Ansonsten, wenn der Rhythmus läuft, kann ich hier nichts drehen. So, hier können wir auf jeden Fall den Rhythmus ändern. Fünfviertel, Sechsviertel, Siebenviertel, Fünfachtel und so weiter. Also, ihr habt eine ganze Menge Möglichkeiten, Rhythmus einzuspielen. Dann, wann gestartet wird, wann Loop stoppt, wann das dann auch stoppt. Und das Intro-Rekord, das habe ich schon erklärt oder das erkläre ich noch. Intro-Play, Ending, Fill. Beim Fill ist ja das, wenn man das umschaltet jetzt und die Fußschalter zum Beispiel belicht hat mit den Rhythmen. Dann, und man einen anderen Fußschalter drückt, dann macht er so ein Fill-In. Dann, Variation-Change, wann wir den Variation-Change machen, ob beim Taktwechsel oder am Loop-Ende. Dann bietet uns das RC600 die Möglichkeit, wenn wir etwas ändern, speichern, wie auch immer, das für jede einzelne Memory zu tun. Also, ihr habt ja Memory-Bänke von 1 bis 99 oder von 0 bis 99 und ihr könnt jetzt hergehen und sie einzeln abspeichern für jede Memory oder ihr könnt hergehen und sie speichern für das gesamte globale RC600. Ich würde hergehen und sie für die Memory speichern, also die Werkspresets sind für das globale Gerät. Ich würde hergehen und sie für die Memories speichern, damit, weil manche Sachen sind vom Werk aus vielleicht gut, die ihr halten wollt. Und manche wollt ihr halt wirklich nur für diese eine Preset benutzen oder vielleicht, beziehungsweise für diese eine Memory, also für diese eine Bank, die ihr da speichern könnt. Ich habe es so gemacht, ich habe meine Memory-Bank 1, ist so die, wo ich alles geändert habe, was ich geil finde und was ich eigentlich immer brauche. Und habe aber nicht jetzt global gespeichert, sondern habe nur Memory-Bank 1 genommen und wenn ihr dann auf Speichern geht und ihr wählt dann, also ihr drückt die beiden Pfeiltasten und ihr dreht dann ganz links an dem Rädchen, also nicht Lautstärke, sondern das da runter und ihr dreht da dran, dann geht das auf Bank 2. Und dann, wenn ihr dann auf Speichern drückt, speichert ihr das, was ihr gerade in Preset 1 geändert habt, speichert ihr auf Preset 2, also auf Memory 2. Dann könnt ihr Memory 2 auf Memory 3 speichern oder Memory 1 auf Memory 3 speichern. So ist Memory 4 dann aber noch Werkseinstellung oder Memory 5 ist auch noch Werkseinstellung. So einfach geht das. Und wie ihr das jetzt ändert, zeige ich euch jetzt. Dafür geht ihr auf Menü, Menü, Control Function und ihr seht hier oben den kleinen Pfeil, einmal nochmal rüber mit Page Right, also mit nach rechts. Da seht ihr Preferences. Ihr seht, das ist ganz links, also müssen wir auf den ganz linken hier drücken. Jetzt drücken wir da drauf. So und hier sehen wir jetzt Mode 1, Mode 2, Mode 3. Und das bedeutet, hier oben steht Memory, bei allen dreien drüber. Wenn wir jetzt mal daran drehen, am Mode 1, dann kommt System. Wenn ich hier drehe, kommt System. Wenn ich hier drehe, kommt System. Das bedeutet, dass alles, was ihr jetzt ändert, nur auf der Memory geändert wird. Also ihr seid ja jetzt aktuelle Memory 18. Ich zeige es euch nochmal. Memory 18. Und alles, was ihr jetzt ändert in Track 1, Track 2, Track 3, also in dem weißen Licht, in dem roten Licht, in dem blauen Licht. All das. Moment, ich gehe nochmal rüber. Hier, Control Function. Einmal rüber. Preferences. Alles das, was ihr jetzt hier ändert mit diesen Fußschaltern, wird jetzt nur auf die Memory 18 gespeichert. Habt ihr aber System angewählt, dann ist alles, was ihr jetzt mit diesen drei Modes ändert, auf das komplette System überschrieben. Dann ist das sowohl Memory 1, Memory 18, Memory 24, Memory 37, also alle, die ihr euch vorstellen könnt. Ich würde es auf Memory lassen, damit ihr nicht Gefahr lauft, in irgendeiner Weise, wenn ihr live auftretet, einfach mal der Gelangmeier zu sein, weil ihr irgendwie vergessen habt, dass eine Einstellung geändert worden ist. Im nächsten Video, ganz wichtig, zeige ich euch, wie ihr die einzelnen Knöpfe anders belegt, also die Treter. Macht einige Sachen ziemlich, ziemlich einfach. Und nicht so kompliziert, wie es uns das Wax Preset aufs Auge drückt. Nehmt es einfach so und guckt am besten das nächste Video. Ihr könnt dann, oder ihr seid dann in der Lage, wenn ihr das Video verstanden habt, diese Fußschalter anderen Funktionen zu geben. Also, dass ihr nicht bei Fußschalter 2, aktuell ist es ja so, ich mache hier Start, mache da Stopp, im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr hier Track 1 startet, hier Track 2 startet, hier Track 3 startet und so weiter. Und wie ihr den Knöpfen noch andere Sachen sagt, was sie tun sollen, zeige ich euch alles im nächsten Video. Sehr, sehr wichtiges Video. Gut. Bei Fragen, Sorgen und Anträgen einfach unter das Video oder mir eine Meld schreiben, wie auch immer. Ich bin der Petty, sag Tschüss, Goodbye und bis zum nächsten Mal.